Achso, dann ist da jemand hellwacht. Das war jetzt unangebracht. Ja, das war ganz cool. Ich bin jetzt einfach gerade auf den Server runtergegangen. Alles klar. Ja, hallo. Hallöchen Popöchen, meine liebsten Zuschauer auf der ganzen Erde. Ich habe euch alle sehr lieb. Also nicht nur so, dass ich das sagen würde. Ach Michi. Kannst du mir aufhören, mich zu unterbrechen? Ich bin fertig. Ich habe euch alle wirklich sehr lieb. Und ja. Ja, okay. Nice, also das war gut. Warum schießt ihr denn? Von unten, von unten, von unten. Da war es, da war es. Max, Fapp war es. Ich habe Fapp weggehämmert, der war Traitor. Ich habe es gesehen. Nein, es ist Taurus. Nein, 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 da oben ist jemand. Da oben war jemand. Fapp war irgendwie strange. Also ich bin auf jeden Fall unten. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mit was war der denn? 100% Selfie. Wer Fapp oder was? Nein, nein, nein. Der Detektiv. Warum ist das so dunkel hier? Was los? Warte ich hier. Das bedeutet, warte. Ich bekomme ihn nicht runter. Wie bekommt man den Überproven? Selfie hat nicht abgeschossen. Max verproven, dann ist es Tucker. Hallo. Nein, ich bin es nicht, also du. Er ist nicht, also du. Der ist unten, der ist unten, der ist unten. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er unten, da ist er unten. Da ist ein Scheißdreck, Alter, ich sag dir. Ich fick dich richtig gerne. Das glaube ich, Alter. Aber das Ding ist, man muss es halt... Oh, keine Money mehr. Scheiße, Alter. Komm sie mal raus. Das zieht einfach zu krass, als dass ich ihn irgendwie wegkämmern könnte. Oh, das Schublade liegt noch um die Pepe. Okay, ich hole die mehr, okay? Ist das okay? Das ist nochmal unterste Schublade. Oh, ich wollte gerade sagen, wenn das nicht funktioniert... Oh, knapp, ey. Alles klar, Mann. Das war echt knapp. Wie random war das denn? Warum war ich bitte Trader? Max hat auch noch gelebt. Weil andere Proof war. Ja, halt, die anderen waren noch Proof. Wir waren alle Proof. Angeschossen, gekillt und alles Mögliche. Und du bist der Einzige, der das auf Proof schlangen muss. Oh, angeschossen, ey. Ich bin nicht angeschossen. Naja, es ist ja so verpflichtig. Lol. Ich bin einfach direkt gestorben beim Spawn. Was soll das denn beim Spawn jetzt? Was soll das denn? Alles klar. Okay, hätten wir das auch geklärt. Oh, ja, oh, ja. iPad. Warte, ich will iTunes starten. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Sorry, Apple. Wo seid ihr alle? Ich bin tot. Ja, du kommst ja gleich wieder, ist ja kein Problem. Ich bin tot. Wie war das jetzt? Man muss einfach genau in der Mitte flingst, damit man hochkommt. Ich bin schon wieder. Alter, killt mich. Nein, ich bin schon angeschossen. Du rückst schon wieder an meinem Rücken, Selphie. Das finde ich ein bisschen widerlich. Ich hab nur mit mir gehockt. Ich hätte dich jetzt töten können, das weißt du. Ja, 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 ja. Immer dieses Argument. Immer dieses Argument. Mal schauen, wie ich schieße. Max, wie geht's dir denn heute? Red mal ein bisschen. Warum oder und zum Beispiel? Wie, dass ich mich irgendwie verplappere? Ich hab nicht geschossen. Ich weiß nicht, weil du sagst ja immer, sobald ich rede, dass ich dann immer... Nee, ich war das nicht. Selfie, warum erzählst du dir so einen Scheiß? Da drüben, da drüben. Wie sagst du, dass du verklappern willst, obwohl du eigentlich... Hallo, war nicht die... War nicht die Regelung, ihr Golden Eagle nicht mehr random? Ja, ich schieß ja auch nicht. Ich schieß ja nicht mit der Golden Eagle. Corona sagt ja hier auch, schießt er aus. Aber warum? Ich hab gar nicht geballert. Ich hab hier Schüsse von links unten gehört. Und als ich geguckt hab, stand da Notar aus. Ich hab nur eine Tech-Mine. Und die schießt, wie du vielleicht merkst. Ja, genau, die war das. Hä? Ich hab nicht schnell so... Nein, das war mein Video. Selfie, schau hier. Ich häng fest hier. Hier, volle Munition. Was hab ich mit Fab? Ist Fab tot oder was? Nee, ich kann das jetzt nicht nachgeladen haben. Warte. Ist die Munition trotzdem nicht voll? Ach, Mann. Ich komm hier nicht auf. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Alles gut. Max ist es. Max ist es. Max ist es. Au, au, ich brenne. Max ist down, Max ist down. Ich brenne, ich brenne auch. Max ist down. Ich hab ihn gekillt. Warte, Max war Traitor. Er wurde von Takahashi getötet. Er wurde von Takahashi getötet. Nee, 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 ich hab nicht. Da steht er mit Shotgun. Ich hab ne MP9, aber ich hab mit drauf geschossen. Karl, hast du noch Punkte? Ich hab auch mal drauf geschossen. Achso, ich hab's getötet. Kann man mich heilen? Super. Fab, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Alles klar. Die ganze Zeit leise. Kannst du... Nein, ich bin... Das ist ein übliche Bild. Ich komm raus. Ich komm raus. Ich komm raus aus deinem Versteck oder was? Aus deinem Sniper-Versteck kommst du raus? Ja, ich bin inno. Ja, ja. Ich bin beim Lego. Beim Lego. Was ist denn die Gold Dragon? Wo hab ich die denn her? Hört auf mich zu beschießen, jemand beschießt mich. Ja, ich hab neben dich geschossen. Krass. Hey, ich bin... Wo ist er denn? Hä, Corona? Hallo, hallo. Corona, bist du noch da? Corona ist tot. Okay, Leute, ich bin Corona. Oh, es ist halt beim Lego. 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 Nee, es ist halt... Taurus ist es... Hä? Nein, warum das denn? Hä? Warum bin ich es, wenn ich beim Lego bin? Warum ist Corona gestorben? Erzähl das mal bitte. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, weiß ich doch nicht, Alter. Natürlich weißt du das nicht. Natürlich weißt du das nicht. Warum solltest du das auch wissen, aber? Natürlich. Weißt du diese komische Waffe hier auch? Ich geh mich jetzt wieder verstecken. Kann ich aufgeben? Du kommst jetzt schön nach oben. Schön nach oben. Ich traue dir mittlerweile auch nicht mehr, Tucker. Ja, ich hab zwar Max gekillt, aber okay. Trau mich. Ja, ich hab auch drauf geschossen. Das stimmt sogar wirklich. Na, du mit deiner... Dreck-Scheiße, Alter. Ich geb dir jetzt so hart den 316-Noscope, Alter. Weg. Hä? Weggeportet. Ich wollte dir grad einen No-Scope geben, Alter. Ja. Ist die Frage, wo hast du dich hingeportet? Ah, ich weiß wo. Na, gute Frage. Ich weiß wo, Alter. Ich geb dir jetzt gleich einen No-Scope. Pass mal auf. Ich hab mir jetzt einen Sniper. Okay. Wo bist du, Alter? Ey, ich will dich No-Scopen, Alter. Ich bin weg hier. Liebst du noch? Ja, ich geh da noch. Ja, also Taras ist auf jeden Fall... Nein, bin ich nicht. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Ach, wir sind nach oben gesniped. Geswiped. Wie ist das denn, bitte? Digga, was ist das für eine komische Dragon-Waffe, damit er selbst angefangen zu brennen, Digga? Was war denn da los? Ja, ja. Ich hab aus Versehen meine Schleiß-Zeitgruppe schon aktiviert. Ich wollte die gar nicht aktivieren. Das war irgendwie ein bisschen random. Ja? Hast du die Sache gekauft, Max, oder was? Wie bitte? Aus welchem Grund hast du mich gebürtet? Ich? Hä? Weil Corona gestorben ist und ihr die ganze Zeit gesagt habt, Corona, Corona, Corona. Und dann bist du noch unten abgehauen. Wow. Xhaka, ganz kurz, was hast du noch reingemacht jetzt hier? Wir haben diese Dragon-Waffen, was noch? Die Dragon-Waffe ist noch nichts geupgradet. Ach so, die Dragon habe ich noch nie gesehen. Ja, dann bei der nächsten Session. Ach, ist das das AK-Symbol, oder was? Nee, nee, AK ist, also, kleiner Tipp, die AK ist echt richtig OP. Ja, absolut. Die ist echt OP, also auf nahe Distanz. Ja, das ist absolut Bullshit, ey. Ah, gut. Ja, absolut Bullshit, ich bin inno, 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 inno. Um Selfie kurz zu verwirren, Selfie, was hast du denn heute Morgen so am Frühstück gegessen? Äh, ich hatte heute gar nicht so Frühstück. Ja, was machst du da? Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich rede ziemlich viel, um dich zu verwirren, damit mir irgendjemand die Golden Giegel geben kann, damit er dann auf mich schießen kann. Ja, deswegen rede ich viel, weil er mich dann immer als Traitor abstempelt, Digga. Komm, tue es mal, tue es, Digga, tue es. Ich stempele dich nicht ab, weil du viel redest, sondern weil du scheiße redest. Okay, ich rede scheiße, Digga, weil ich heute scheiße zum Frühstück hatte. Ich erschieße ihn jetzt. Darf ich ihn erschießen? Nee, aber nur mit der Golden Giegel. Golden Giegel, Golden Giegel, Golden Giegel. Tanz, Digga, tanz, Junge, tanz. Was ist groß? Nee, okay, Max ist auf jeden Fall kein Traitor. Wer weiß. Ja, so Leute, ich habe hier die Golden Giegel, die werfe ich hier hin, was weiß ich. Ich glaube, sie dürften sie euch nehmen. Ja, ich nehme die jetzt auch, aber ich erschieße den. Lass mich irgendwas, kann man Granaten-Magneto-Stick auch? Oh Gott, was zur Hölle. Alter, das ist aber nicht so laut. Was ist das, Alter? Was war das denn jetzt? Hier, fang. Ey, Granate. Ja, das ist, jemand hat eine Granate. Das war ich. Das war ich. Leute, kommt mal bitte kurz alle her. Schaut mal hier kurz alle her. Wer bist du? Oh Gott. Ah. Oh Gott. Alter, lass. Das war knapp, Mann. Das war knapp. Wer hat die geworfen? Ich war das, ich war das Selfie. Schieß auf mich, ich habe die geworfen. Schieß, schieß, schieß. Ich erschieße jetzt auch gleich auf die. Ja, schieß. 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 Oh Gott, da wurde einer erschossen. Wer ist, wer ist, wer ist tot? Das war doch diese Incidentary-Granate. Wie heißt die Scheiße? War das Pepe? Ja, der hat er runtergefetzt, oder was? Nee, absolut nicht. Wer ist denn der gestorben da oben? Oh Gott. Schubi, ja. Schuss, Gott. Was ist denn hier los, Mann? Wieso standen denn die alle unter mich rum? Der hat einen Abkampf. Hört, du sollst mich hochziehen, Rotz da irgendwo hin. Voll geil, ey. Hier, äh. Cap ist tot. Weiß nicht wovon. Selfie ist auch tot, oder? Ja, hier, da liegt noch eine Leiche. Hier, ich glaube, Takayashi war es, Mann. Warum schießt du auf mich? Warum schießt du auf mich, Mann? Ich hab nicht auf dich gesniped, ich hab einen M16, Mann. Ich hab einen M16, Mann. Wieso schießt du auf mich? Alter, Takayashi schießt auf mich, Max. Ja, ja, Max. Takayashi. Ja, ich bin's nicht. Warum, Max? Ich schiebe mich an. Schieß doch nicht. Ja, okay. Ja, war klar, weil Corona immer übertreibt, wenn der Trailer ist. Dann rastet er immer ein bisschen aus. Ist so. Okay, wo ist der, wo ist der? Wo ist der, Max? Wer denn? Corona liegt hier oben, er ist tot. Ach so. Hä? Er hat gekillt, steht auch oben rechts. Aber wer ist da noch da? Takayashi. Nee, Takayashi ist ja gerade tot. Takayashi ist gestorben. Ja, dann bist du noch zu Hause. Nein, nein, ich bin es nicht. Ich bin es nicht, Max. Ach komm, Digga. Wir beide werden angeteckt. Alle sind confirmed. Alle. Bis auf ihr beide. Und ich bin die, oder? Ja, Max. Ja, es ist dämlich, Digga. Ja, ich hab halt schon irgendwie gedacht, vielleicht ist Fab noch da oder so. Ja, das hätte vielleicht funktionen können, aber nicht mit mir, Alter. Sorry. Scheiße, Mann. Äh, tun wir echt lachen. Ja, was ist jetzt? Komm. Willst du ein faires Battle haben oder was? Nee, will ich nicht, Alter. Ja, hab ich mir schon gedacht. Ach, Max. Ist ja lächerlich, was du gerade versuchst. Absolut lächerlich. Ja, richtig lächerlich. Ich seh das schon. Junge, was soll das denn, Mann? Absolut lächerlich, was da gerade passiert. Scheiße, ich muss nachladen. Geh von der Cheez-It-Packung weg. Weg von der Cheez-It-Packung. Lecker. Oh, Alter. Oh, Alter. Digga, es war. Ich bin gestorben, weil ich bin, wenn der Golden Giegel erschießt. Hä, was warst du? Nice. Die Corona war richtig ausrastet, Alter. Max hat einfach verdächtigt. Ich höre, das tue ich immer, wenn er auf mich geschossen wird. Ey, das war ein bisschen zu hart. Ich wollte... Deine Stimme hat sich ein bisschen überschlagen. Das war ein bisschen zu hart. Was? Also, ich fand's auch ein bisschen, äh, sehr... Suspekt sagen wir einfach mal. Sehr verdächtig. Hä, ernsthaft? Ja, es war so, man war kurz davor, irgendwie zu sagen, ey, Corona, komm, das ist nur ein Spiel, ja? Ja, gut, das ist ein bisschen sinnlos, aber ja. Sinnlos, aber ja. Dieser Raging Bull, der ist eigentlich ganz fett, Mann. Dieser Scheißfigur, hier ist wieder so ein riesen, libellenartiges Teil, außer jetzt hätte sie so einen Hulk-Cocktail gehabt, Alter, ist richtig groß geworden. So was nennt man Mücke. Digga, das ist keine Mücke, Mann. Das ist einfach, einfach fliegender Holländer. Ich hasse es, ja, ich hasse es, wenn diese ganz fliegende Holländer... Max, 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 Max. Ey, kennt ihr die Leute, die sagen, oh, ich hab wieder einen Schnakenstich? Was krieg ich? Die goldene Degel. Alter, das sind fucking Mücken. Schnakenstich, schnakenstich. Schnakenstich, schnakenstich, schnakenstich. Richtig, aber im Süden Deutschlands sagen die zu Mücken, schnakenstich. Nein, 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 die Granate wirst du nicht auf mich tun. Oh, Alter, Digga. Das war so knapp gerade, Alter. Okay, wenn du es einmal machst, dann Max nicht erschießt. Das war so knapp einfach. Granate, Granate hinter dir. Oh, 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 oh. Tarros, geh weg da, Tarros, geh weg da. Tarros, geh weg da, Tarros, geh weg da. Ich hab da runtergezogen. Ich hab da runtergefallen. Oh Gott, Alter, ich auch, ich auch, ich auch. Digga, entspannt euch. Bleib mal ruhig, Alter. So, Max, du schießt jetzt den letzten, der übrig ist, und zwar... Wer ist denn das? Wer ist denn das? Oh Gott. Okay, alles klar. Gut. Okay, Max, das ist... Digga, ich hab... Hä? Dagger, hör auf jetzt mit der Scheiße. Oh no, oh no, nein, nein, nein. Gute Zeitlupe. Ich bin im Tradershop, bin im Tradershop grad, ich bin richtig dumm, Digga. Das ist doch richtig dumm, Digga. Aber wie Lack war das grad, Digga. Hier, da, Alter, friss, die Friss, Junge, friss, Junge. Na, ganz ehrlich, Digga, juckt mich nicht. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Nee, mein nicht. Oh, ich muss mir ganz kurz die Snowback ram, Alter. Ganz kurz die Snowback ram. Max, hör auf damit. Ja, auf damit, Max. Tut mir leid, Digga, tut mir leid. Mach jetzt hier den alten Wild West-Style. Ja, mach mal, Digga, mach mal. Alter, gut, wenn man damit treffen kann, Alter, nice. Boah, Alter, Taka Ischi, Mann. Digga, was ist da los, Mann? Leute, das ist doch langweilig, wenn man das so normal macht, Leute. Wer hat diese Granate geworfen? Äh, weiß ich nicht. Von wem kam ich die erste? Bei dem Fabki drückwärts, Fabki drückwärts und gefällt einfach runter. Ja, das, ich, ja, diese Granate hat mich irritiert. Also, ich hab auf jeden Fall gutes Karma, muss ich sagen. Sorry an alle, die ich dadurch gekillt hab. Nice. Minus 11. Gut, wenn ich jetzt Traitor werde, wär's ziemlich scheiße, weil ich nämlich Schaden mache wie, keine Ahnung. Wie Scheiße. Ist das huge? Ach, Alter, ey, das ist nicht so Karma, wie viel Schaden man macht. Ja, ich will nicht sagen, Leute, ich will nicht sagen. So ab 700 Karma passt gar keinen Schaden. Also, ja, selber schuld, würde ich sagen, ne? Ich bin immer schön aufs Traitor. Und ich bin Traitor, nice, hat sich gelohnt auf jeden Fall. So, okay. Und ihr solltet jetzt killen kurz mit 20 Waffen? Erschieß ihn, erschieß ihn, erschieß ihn, erschieß ihn. Ich erschieß jetzt, Pepe. Erschieß, Mann, was solltet ihr noch Trigger-Happy? Er ist ein Trigger-Happy heute. Nee, das ist ein Trigger-Happy heute. Granate! Okay, Max vertraue ich, ich bin schon wieder Detective. Warum? Warte. Weil, du dieses Mal... Aber wieso ist das jetzt Trigger-Happy? Aua, 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 aua. Was läuft denn da? Ja, hey, ich weiß doch nicht, dass hier jemand was hingebauen macht. Oh, Leute, ich hab richtig... Oh, Gott, Mann. Alter, fällt eines runter hier, was ist da los? Was macht ihr da oben? Oh, nein, oh, nein, ich bin tot. Dauern! Was passiert denn hier? Was ist ja los, Mann? Was macht ihr da? LoL! Was? Das war ich, Entschuldigung. Das war so eine Granate. Ich wusste nicht, dass die so weit da hinten... Entschuldigung. Oh, Mann, ey. Digga, wie wieder runtergeflogen ist. Was ist da jetzt gerade passiert, ey? Bei Taros bist du mit einem Melon-Lounger runtergeflogen, Alter. Was soll das denn? Da haben sie gescheuert, ey. Ich war Traitor. Ich weiß, hab ich gesehen. Du bist mit einem Melon-Lounger runtergeflogen, Alter. Und wer lebt jetzt noch? Noch Max, oder was? Ja, es wäre dumm, wenn nur noch ich leben würde. Ich hab keine Ahnung. Fab lebt da unten eben noch rum und ich bin noch hier. Lebst du noch Corona? Ich lebe noch, ja. Ja, also ich lebe noch, bin Inno, du lebst noch, bist vielleicht Traitor. Fab lebt anscheinend ja auch noch, wenn du das sagst, dann müsste vielleicht auch Fab der Traitor sein. Ja, Fab müsste irgendwo unterm Bett sein. Fab ist eben unter das Bett gelaufen. Dann ist Fab der Traitor. Ist okay. Da ist nichts los. Absolut nichts los. Wo bist denn du, Corona? Ich bin die ganze Zeit hinterm Fernseher. Ich trau mich irgendwie nicht in diesen Schacht rein, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert mit dem Hoch und Runter. In der Mitte kannst du hoch. Ich gehe jetzt gerade an der Seite hier hoch, irgendwie an so Bücherregale. Oder was das ist, keine Ahnung. Hier oben irgendwo. Ah! Oh Gott! Du bist so ein Penner, Alter. Du bist so ein edener Penner, Alter. Ich hab mich total erschrocken. Ich hab erst vor Panik geschossen, bis ich realisiert hab, dass ich ein Traitor bin. Das ist schon stark kein Problem, Alter. Jo, Leute, wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gern mal meinen Kanal. Also die anderen am besten nicht, weil die haben ziemlich scheiße gespielt. Ähm, ja. Ich weiß, okay. Tschüss! Tschüss!